Hey Kinders, was geht bei euch ab? Willkommen zu den Gloves. Ich habe gestern von Himmelhundi im Livestream Gloves geschenkt bekommen. Ja Jan, du schaust in deine Trade Office. Ich schaue in meine Trade Office. Nach dem Spiel oder direkt Himmelhundi? Um Gottes Willen, Himmelhundi wird ganz heiß, ich kriege einen roten Kopf. Ratet mal, was wir Himmelhundi gerade eben getradet haben. Ratet einfach mal. Ratet einfach mal so aufs... Einfach drauf los. Himmelhundi, ist das wirklich dein Ernst? Wirklich. Ganz arg feste. Mir ist ultra heiß. So ein bisschen wie wenn man die erste Liebe seines Lebens im Bett neben sich liegen hat. Guck und schon drehen wir nichts mehr. Die passen vielleicht zum Knife. Oh Gott. Vielen Dank Himmelhundi, richtig, richtig nice. Ihr wisst ja wie hart ich gestruggled habe. Ich habe ständig versucht diese ganzen Kisten aufzumachen. Ich glaube ich habe, keine Ahnung, 60, 90 Gloveskisten aufgemacht. Und das war nie was drin. Das ist der Hammer, oder? Natürlich zeige ich sie euch noch kurz in Aktion. Schaut sie euch an, hier von hinten. Und mit Waffe in der Hand, auch total fast. Ich weiß. No, you can't hit me, dude. Oh fuck. 5 HP. Holy shit. Oh oh. Der Stream war einfach wieder so immiziös. Wir haben auch so geile Spiele gehabt. Also haben richtig dick Punkte gemacht. DMG ist endlich wieder im Stüssel und der Weg zum Adler ist jetzt praktisch freigeräumt. Oh. Was natürlich echt extrem geil war, so ein paar dicke Wins einzufahren. Und dann halt eben den letzten fetten Win sogar auf, wow. Blemons Supreme Elo. Schön mit den Handschuhen hier reingepimmelt. Und dann endlich wieder von der verkackten Doppel-AK weg auf DMG. Ich war sogar bester. Das war so krass, Alter. Das lag bestimmt an den Globes. Sag ich da beim Gude. Und für alle, die sich jetzt denken, verdammt nochmal, warum habe ich diesen geilen Stream verpasst? Heute gibt es auch wieder einen Stream. Ja, heute am Samstag wird wieder gestreamt. Ich denke so ab 21 Uhr. Da es kein fester Streamtag ist, habe ich da auch keine extrem festen Zeiten. Das ist vor allem das erste Mal seit einem, keine Ahnung, Monat oder zwei oder drei Monaten, dass ich mal wieder samstags streame. Oh, wir sind da jetzt unter mir gerannt. Oh Mensch, hey. Ja, ich denke 21 Uhr sollte passen oder sollte ich schaffen. So. Profi-Time, Bitch. Ha, 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 ha. Wir haben nach CSGO noch ein bisschen GTA gespielt. Das heißt ein bisschen. Ich glaube, wir haben drei oder vier Stunden CSGO und dann drei oder vier Stunden GTA gespielt. Das war der Hammer. Wir haben diesen Doomsday-Heist gemacht. Oh, ah. Ich habe ultra viel Cash jetzt. Oh, es war einfach edel. Dann habt ihr auch noch krass reingespendet. Da auch nochmal vielen Dank an euch. Und hey, Mord oder Gier, Pord oder? Und es gab auch noch eine AWP Hyperbeast fällt mir gerade ein. Auch von Himmelhundi. Da reiche Himmelhundi, weißt du? Da reiche Himmelhundi. Es war echt ein geiler Abend, den wir da zusammen gepimmelt haben. Und das wird hoffentlich heute Abend, also einfach so von der Spielhaftigkeit auch wieder passieren. Schön ein paar Wins einfahren. Ein bisschen PUBG-Spielen, ein bisschen GTA-Spielen. Einfach so, worauf wir halt eben Bock haben. Ich, ich, äh. Nein, 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 nein. Nein. Ha, 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 ha. Oh, er hat eine Autopump, shit. Auch von zwei Seiten. Ja gut, hey, ich hab Handschuhe. Da darf ich eigentlich nicht beschossen werden, ja? Wenn ich erst da Blut draufkomme. No. Ha, 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 denied. Ich werde euch heute direkt auch wieder ein paar schicke Skins aussuchen. Also ein paar kleinere, die jeder gewinnen kann. Und eine, äh, eine dicke Sache. Ah, fuck. Die dann an die Subscriber geht. Wir haben gestern die 71 Subscriber geknackt. So viele hatten wir noch nie. Ah, also es war wirklich ein extrem erfolgreicher Stream. Ich denke, Freitagabend ist wahrscheinlich eh immer die, die geilste, äh, Kacke am Dampfen. Weil es halt Freitag ist. Da haben viele länger Zeit. Da haben viele überhaupt Zeit. Manche können gar nicht in den Streams kommen. Oder konnten in der Vergangenheit nicht kommen. Weil es eben Dienstag und Donnerstag, wo ich ja sonst immer streame, ab 19.30, meist etwas enge ist mit der Zeit. Wo sind denn hier die Gegner? What the fuck? Oh, noch einen gelegt. Ja, moin. Guten Morgen, Herr Nachbar. Vielleicht kann ich ja sogar noch aufholen. Ah, ich weiß es nicht genau. Ich habe wieder so viel gelabert und mich so wenig hier fokussiert. Aber, ich war genau auf dem Küppchen drauf, Alter. Also wenn ihr heute Abend Zeit habt, dann schaut mal vorbei. Wie gesagt, ab 21 Uhr sollte der Stream laufen. Gestern gab es eine M4A4 Desolate Space zu gewinnen. Heute, ich weiß gar nicht, was es heute wird. Vielleicht wieder eine AWP-Hyperbeast. Man weiß es nicht. Oh yeah, oh yeah. Das könnte doch was werden hier. So, da habe ich ein einzelnes Opfer und dann noch eins. Sehr schön, sehr schön. Komm her. Ah, das Knepp ist am Stüssel. Oh, mit 38 HP. Der andere hat auch das Knife. Wenn der mich zuerst trifft, bin ich gebamst. Kippt mich bitte mal kurz, Leute. Töte mich. Danke. So. Oh nein. Oh nein. Hinter uns. Alter, blau. Blau. What the fuck? Ach, danke. Wo ist der? Der ist da drin. Da drin ist er. Achtung. Da ist er. Bleib stehen. Bleib stehen. Bleib stehen. Ha! Ah! Und dann noch Rang 3. Ach Gott, Leute. Ach Gott. Das Glücklichsein hört gar nicht mehr auf. Wahrscheinlich ist es jetzt ein recht kurzes Video geworden, aber scheiß drauf. DMG. Glav. Nav. Läuft bei uns. Ja, ich glaube, so eine Hyperbist könnte man schon auf jeden Fall rausklöppeln. Die kamen gestern noch von Himmelhundi rein. Sehr nice. Das Teil. Guck mal, hier ist Himmelhundi drauf. Das ist er übrigens. So sieht Himmelhundi wirklich aus. Voll süß. Und für alle Nicht-Subscriber wird es unter anderem auch die P250Frankly und noch ein paar andere Sachen geben. Ich denke, das ist doch nicht schlecht. Oder Leute? Und wenn ihr Glück habt, kann es sogar sein, dass euch jemand ein Abonnement einfach schenkt auf Twitch. Wir haben jetzt schon Minimum 15 Accounts und darunter ist auch der Bot, die Abonnements geschenkt bekommen haben auf Twitch. Echt nice. Richtig nice. Die Community ist halt dick am Zusammenhalten. Da sind wir halt schon echt on point. Das ist ganz klar. On point. Schaut heute Abend rein. Ihr wisst Bescheid. Livestream heute Abend ab 21 Uhr. Vielen Dank fürs Zusehen. Macht's gut. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.